Wart geht ab, ihr ganz schön hier. Willkommst zurück zu der Folge... Let's first! Der fährt mal! Alle außer Peter. Äh, ne, schon gar nicht. Peter ist dabei. Der Razor ist nicht losgefahren. Alle außer Sepp. Weil Sepp wandert aus. Okay, von 20 auf... Komm schon. Neuseeland. Malediven. Zehn in der ersten Kurve. Sehr gut. Zehn Plätze. Oh nein. Oh nein. Schön auf die Malediven. Chaos! Nein! Warte, Mann! Wie einfach nur noch 5 Leute jetzt vorne sind. Oder 4. Chaos, wenn wachst du denn? Oh, oh. Oh, oh. Easy. Oh! Doppel easy. So. Bis auf der 6. Ja, dann sind wir wieder hinten beim Bodensatz angekommen. Ne, bis auf der 6 gerade. Ich bin so schön nach vorne gefahren. Alter, okay. Interessanter Leck. Irgendeiner ist da gerade rechts hingefahren. Jetzt bin ich auf der 5. J ist auf der 1, Alter. Na klar! Ja, nicht mehr lange. Neul, Peter? Was ist denn damit schon los? Der Controller hat die Verbindung verloren. Ich wollte gerade sagen. Peter steht da einfach am Rand. Warum? Peter, neu starten. Wartest du nur auf J? Ich seh das schon. Gleich kommt wieder. Nein! Fährst du gleich in J rein? Nein! In J? Indy! Indy! Der Controller blinkt einfach. Was sagt mir das? Batterie leer. Ja. Ne, wenn der blinkfeste, der hat keine Verbindung. Das ist doch wahrscheinlich, dass die Batterie leer ist, oder? Da tut mir leid, keinen Leck. Ich war viel zu schnell. Was ist denn Peter überhaupt? So, damit haben wir unsere Position, die wir wollen. 420. Habe ich ABS aus? Diesmal schaffen wir das. Was ist denn 420? Achso, Leute. Aber mit genau 20 Mitarbeitern, Leute. Ey, wo ist denn Peter? Ja, mit genau 20 Mitarbeitern. Ich bin der Letzter. Ja, aber wo? Ich mein... Ich dachte, du stehst hier irgendwo am Rand. Nein, jetzt nicht mehr. Ich bin gerade wieder losgefahren. Mit dem Controller? Ja. Was hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja, ich hab Kabel dran gemacht. Aha. Batterie also leer. Bestimmt. Ich hab noch nie ohne Kabel mit dem Xbox-Controller gespielt. Geht das? Ne, das geht nicht. Ich hab den Xbox Elite 2 und der hat Bluetooth. Aber die Bluetooth-Verbindung scheint nicht aufzumal zu sein. Naja, die haben alle Bluetooth, Peter. Ne, die haben nicht alle Bluetooth, oder? Der Elite 1 hat noch keinen Bluetooth. Der Xbox 1... Ach, Quatsch. Der Xbox 1. Oh nein, verbrennt! Peter, ich rede nicht von Elite. So teure Controller besitze ich nicht. Ja, die anderen auch nicht. Ja, die anderen auch nicht. Wie verbinden die sich denn sonst mit dem... Mit... Mit... Mit dem eigenen Microsoft-Ding. Dafür musstest du dann immer so einen Adapter kaufen. Einen Wireless-Adapter. Echt? 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 Kann ja Cyber-Controller nicht einfach... Ich kenn ihn aus. Ich weiß es nicht. Der ist schon so neu. Keine Ahnung. Ich werd harter folgt! Ja, von Cocky, oder? Von Cocky? Nee, Cocky ist... Nee, Cocky ist direkt vor mir. Cocky, fahr mal schneller! Ja? Ich kann mich ja nicht aufhalten lassen von dir. Nicht bremsen! Okay. Jetzt bin ich Dritter! Ah, irgendeiner wird mich schon noch überholen. Sehr gut. Cocky war am Dienstag bei den Erfolgsfans im Stadion. Das ist ja interessant. Erzähl bitte mehr. Ja. Bei welchem Verein denn? Lissabon hat er angefeuert. Gegen Bayern. Achso. Mit den Erfolgsfans. Die gibt's doch in jedem Verein, oder? Ich weiß nicht, ob Schalke Erfolgssfans hat, ehrlich gesagt. Ich finde das immer noch nicht schlimm. Natürlich. Die sind ja auch Pokalsieger geworden. Also im Quam. Wer überrunden wir denn da? Ein Razor. So. Weiter, weiter, weiter. Ich hab vergessen zu bremsen. Ja, sehr schön. Die blaue Flagge. Nicht missachtet. Sehr gut. Nein! Der andere konnte direkt mitziehen, Alter! Das ist die ganze Zeit zu eng. Wir sind in halb einer Sekunde. Nein! Fehler! Fehler! Nein! Er hat mich weggedrängt! Mann! Männlicher Schrei? Männlicher Schrei. Scheiße! Hast du einen Schluck auf gerade? Gesundheit. Hatschi. Wenn einer sagt Gesundheit, muss ich einen dummen Witz aus Mulan, den Otto macht. Wenn er fragt, wie heißt sein Name? Hatschi. Er sagt, das ist sein Name. Er sagt Gesundheit. Und dann lacht er. Und keiner lacht. Ein guter Film. Ihr habt das Gefühl, ich werde gleich richtig weggefickt. Ihr habt auch zu Recht, oder? Nein! Nein! Ey, wieso bist du denn? Ach so Leute, wir sind noch gar nicht in der letzten Runde. Okay, ich muss gleich Cookie oder den anderen Dude vorlassen, um 420 zu machen. Fehler! 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 Ja, aber reicht nicht. Ich hab einen Fehler gemacht. Reicht. Fehler! Oh Gott! Ja, sagen wir, das war Absicht. Damit die näher herankommen. Absicht. Was hast du da? Diese Überrunder dazwischen! Alter, die mich gerieren! Alter, wie kriegt diese scheiß Karre keinen Grip? Was soll denn das? Oh Mann! Man! Fahrt 30 kmh da um die Kurve. Oh, ich geh mal weiter nach außen. Scheiße, GG-Chaos. Blue Flags! Blue Flags! Blue Flags! Warum sind die alle so lahmarschig gewesen? Der innere Vettel, der da gerade bei Jake gechannelt wird. Ja. Der innere Vettel? Ja, der hat sich doch auch immer über die Blue Flags aufgeregt. Gibt doch sogar nen Song drüber. Jawoll! Boom! Haben wir schon mal geschafft. Eins von drei. Kacke. Deja vu. Ach, bin ich zufrieden. Sorry für den Rempler. Was für nen Rempler? Ich hab mich überhaupt gar nix gesehen. Und da kommen wir P dazu, der ist auf der 40. Aua! In die vorletzte Kurve. Ach, das ist doch ein Witz. Immerhin noch 14er geworden, nachdem ich da chillte. War noch mal ne schöne Show-Einlage. Ja, ich bin mal weggerannt worden. Einer Peter überholt mich gleich noch. Nee, ich glaub, das kann ich nicht mehr. 5 Sekunden. Ja, geil. 13er. Oh, der Bus, der hat ja richtig... Äh, lol. Ne, irgendwie war das nicht ganz so krass, wie der vor der vorhatte. Hey, hey, hey. Hier rechts. Sehr gut. Position eingenommen. Scharfe Rechtskurve. Nein, warum... Warum bin ich so weggeschleudert worden? Ja, wir haben 5 Runden. Das machen wir easy. Da müssen wir gar nicht Gas geben. Nicht sterben, ist viel wichtiger. Hey, P! Ich hasse ihn. Da hast du aber sehr laut geschrien. Alter. P! 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 Das war belastend. Das war jetzt echt belastend. Auch wenn ich, auch wenn ich schön fand, Peter leicht gedreht zu haben. Oder dafür mitverantwortlich gewesen zu sein. Das war schon schön. Oh Gott, Peter, da kann ich nichts für. Ich wurde angeschubst. Schon wieder das geil Chaos. Der ist gut. Oh ne. Oh mein Gott. Boah, war das geil. Okay, jetzt bin ich 9er. Oh mein Gott. Oh Gott. Das war voll der geile Sand. Das war ein richtig geiler Sandwich, ey. Alter. Ich dachte, man kann durch die Reifen durchfahren. Alter, diese Busse, die da wieder falsch rum fahren, ne? Ja. Oder der Truck, der gerade hinter uns herfährt. Oh, ich glaube, ich habe einen getötet gerade aus Versehen. So, machen wir. Da. Kann Lake Amoros noch. Easy. So, liebe Zuschauer. Wenn ihr jetzt das Video liked, gebt ihr mir die Kraft, dass ich das schaffe. Meine Tür ist auf. Welchen Platz hast du denn? Sechster. Alter. Boah, Alter. Diese scheiß Busse. Oh mein Gott. Alter, ich habe doch drei Leben. Oh, Peter. Oh Gott, das war knapp. Okay, ich bin tot. Perfektes Timing gewesen. Ja, ja, schön. Warst du vor mir? Mann, Cookie! Ich war weiter hinten. Ich will dieses Auto haben, was der Sky Chaos hat. Das kenne ich gar nicht. Ähm, wie gesagt, du musst halt durch diese Termine Punkte dir erspielen. Aber Bram hat dann auch. Was ist das? Dass der Raidener ist. Dieses Carnage Auto kann für 100.000 Punkte. 100.000 Punkte. Ja, ich versuch dir zuzuhören, Christian. Ähm, wie ich nicht. Und wenn du halt so ein Rennen, eins von diesen fünf täglichen Herausforderungen gewinnst, dann kriegst du irgendwie 1.500 oder 2.000 Punkte oder so. Das heißt, du musst schon ein bisschen was farben. Dann heißt, ihr habt Brams sagenumwobenen Speicherstand, den man runterladen kann, nicht gefunden. Nee, nee, nee. Also das ist, glaub ich, ein anderes Auto, wo du das herkrießt. Ich weiß nicht, wie das bei Bram war. Das hab ich, glaub ich, aber auch noch nicht gemacht. Ich hab nur den Speicherstand genommen. Aber es gibt halt diese Online-Turnierwagen, die kannst du, glaub ich, nicht einfach so freischalten. Ja, muss ich mal gucken. Könnt ich einfach meinen Speicherplatz euch geben? Ach, Mann! Ey, Cookie schon wieder! Fick dich, Cookie! Huh! Lois, ich hab ihn demoliert. Ich dachte, ich wurde demoliert. Jetzt bin ich demoliert. Du bist voll vor den Wagen gefahren. Holy shit. Komm, lass mich mal da vorbei. Das wär super, super, super nett. Ich hab mir denn die Küche geritten, oder was? Ja. Oh, Happy! Lois, jetzt bist du sichtbar geworden. Nice. Perfektes Timing. Elf Sekunden bis auf den vierten, Alter. Das ist, uff. Muss jetzt mal gut fahren. Oh, du musst mal ein bisschen dabei sein. Oh, tut nicht! Bin ich nicht! Boah, Gott sei Dank. Boah, boah. Das ist eine Strafe für Cocky, ey. Boah, da kommt so ein... Oh! Nee! Was passiert hier? Hat dich gerade der LKW überholt? Ja, nachdem ich dem... Das war immer noch die Aktion von dem Bus ausweichen, den Wagen wieder auf die Kontrolle hatte. Ah, ja. Ist das schön hubelig hier oben? Oh, Gott. Der LKW, der ist auch so... Oh, ja, komm, so ein Teil. Ich krieg ihn außen nicht. Oh, Gott. Er fährt jetzt... Jo, moin. So, sehr gut. Also, wie viel haben wir jetzt? 14 Sekunden auf Morris. Scheiße. In einer Runde. Ah, vielleicht hab ich ja Glück in der LKW. Eigentlich der LKW, der Bus. Okay, der Bus liegt da auf der Seite. Der hilft mir nicht mehr. Ich glaub, der Bus ist mittlerweile raus. Oh, 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 oh. Alter, Maaan! Komm, Bram, jetzt... Werd wenigstens vierter. Ja, ich arbeite dran, aber ich bin so viel abgebust worden, dass das nicht so sinnvoll ist. Ich hab immerhin schon sieben Sekunden auf Morris aufgeholt. Auf Mathe, Mann. Bram hat auch diese geile Brille drauf. Das ist richtig. Oh, das ist eine DLC-Karre. Ich habe gar keinen DLC. Wir haben irgendwann mal DLC-Kies bekommen. Irgendwann haben wir mal alle DLCs geholt. Ja. Wir haben Kies bekommen? Nein. Doch, er macht Ehre. Aber Sky-Chaos war schneller. Ich bin nicht so happy, bevor ich komme. Kann sein, dass meine DLC-Karre ist. Wir machen ja Wreckfest schon lange. Irgendwo gab es mal Kies. Ja, dann ist er dir für den ersten. Es gab nämlich nicht DLC-Season-Pass 2. Ich sage auch nicht, dass das DLC-Season-Pass 2 war. Das habe ich auch nie gesagt. Vielleicht hat man den nur einfach gekauft. Also... Es gab auch so Car-Packages. Oh, oh, oh. Das war keine Ahnung. Nein! Das gab es ja auch. Also es gibt ja nicht nur die DLCs. Es gibt ja auch so Auto-Packages einfach nur. Aber ich dachte, die wären alle Teil von Season-Pass. Alle Auto-Packages. Als wenn ich jetzt Erster bin. Jungs, das können wir nicht machen! Wow! Da war eine Wand. Easy. Okay. Na, wir fahren erst mal fünf Runden. Dann kann ich aber noch vier, drei verlassen. Ich habe mich gerade noch erfreut, an dem der... Wow! Obala! Wahrabsicht! Nenwer hat Grünes gerade weggehauen. Ich glaube, es war Happy! Nein! Machen wir mal die... Oh Gott! Oh mein Gott! Alter! Bram, hau mal Cookie bitte weg! Alter! Ich bin gerade Erster. Ja, aber du willst ja... Da kommt ein Naubus! Sehr gut gemacht, Bus! Oh oh! Okay! Alter, nein! Oh mein Gott! Diese Busse! Ich habe wieder... Irgendwas zieht die an! Ja! Alter, das ist jetzt das dritte Mal, dass du mich triffst. Ich bin fucking 16er! Man! Ich glaube, darauf achten die Busse nicht. Die nehmen einfach jeden, der ihnen davor kommt. Jo! Jetzt bin ich 10er. 11er. Das ist belastend. Noch eine Runde. Ich kann dich nicht mal vorlassen, Bram, weil ich bin 13er. Ich habe so viele Busse getroffen. Aber hey! Nur 20 HP bis er verlor. Krass! Wenn die so vollfrontal... Ja, wenn die vollfrontal kommen... Oh Gott! Klar! Oh, bitte nicht! Ach, Gott sei Dank! Ach, das war Jay! Ja, ich hab dich gerade... Du hast mich überrundet! Ja... So komm, wenn ich jetzt davor noch alle kriege! Dann schaffe ich das vielleicht! Das ist der nächste Bus! Alter, leck mich doch am Arsch! Boah! Von 12 auf 8 noch in der einen Kurve! Auf 7! Ja, aber guck mal! 8 ist ja auch durch 4 teilbar! Ach du bist du nicht! Ja, aber 20 nicht! Stimmt! Also 20 ist auch durch 4 teilbar! Aber dann kommt da nicht 20 raus! Dann ist ja drin Wahnsinn! Scheiße! Dann musst du nicht beides durch 4 teilen! Reicht ja... Nee, warte mal! Durch 4 teilen wäre auch scheiße! Du musst durch 2 teilen! Yes! Überliebt! Naja! Das war ne Folge Verreckfest! Wir sind alle durch mittlerweile! Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht! Mehr oder minder! Ich bedanke mich viel mehr fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal und haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!